5. 5. Kohlbahn und Russenbahn heiße Normalspur. 6. Interesse an solchen Auskünften war meist gering, weil sich zu oft an die Beschreibung gehabten Wohllebens, belästigende Wehklage und ansteckender Jammer knüpften. 7. Immerhin hörten einige dem Kaufmann zu, als er sich mit den Vorzügen der Pfaffmaschinen gegenüber den Singerfabrikaten wichtig tat. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 15. Tante Anna. 20. 20. 20. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 25. 24. Wenn man eine Viertelstunde bei ihr gewesen war und ihr zugesehen hatte beim Rauchen und Nähen, stank man für den Rest des Tages nach der Runden Juno. Und man wusste wieder etwas Wichtiges über die Welt mehr. Der Neger handelt instinktiver, oder? Petersilie passt letzten Endes überall ran, oder? Hindenburg, das war noch einer. Beide Tanten hatten Singernähmaschinen gehabt und auch die meisten der Geräte, unter denen ich mir auf dem Güterbahnhof von Lublin die Schultern zerrieb, waren Fabrikate dieser Firma. Weil ich den brühen Jesus nicht sehr leiden konnte, er wettete immer und stritt, wenn er verlor, sagte ich ihm, mit Pfaff sei wohl nicht viel los. Ich hätte mindestens schon so viel Singers geschleppt wie Pfaff und Miele und Fichtel und Sachs und Triumph zusammengezählt. Die deutsche Hausfrau schiene sich klar für Singer entschieden zu haben. Für Isaac, Singer, sagte Kaufmann Brünjes, als ob das eine Antwort wäre. Und als er sah, dass ich damit nichts anfangen konnte, fügte er hinzu, Isaac, geschrieben I-S-A-A-C. Merkste was? Das Thema lag mir nicht besonders, weil Hohn und Entrüstung ja so etwas wie Schulpflicht waren und ich forderte Brünjes auf, wie ein Vertreter mit mir zu reden und nicht wie ein Führungsoffizier. Aber ich musste mir sagen lassen, dass auch ein Vertreter nationale Pflichten habe und eine Hausfrau auch und dass es mit den Nähmaschinen wie mit den Propheten sei. Die deutsche Nähmaschine genieße Weltgeltung, immerhin habe in Friedenszeiten die Exportquote, das 15-fache der Importzahlen ausgemacht. Aber in der Tat, im Lande selbst sei der Singer-Marktanteil unerträglich hoch gewesen. Hier machte Brünjesus den Fehler, zu sehr in Detailvergleiche zwischen einheimischen und ausländischen Produkten zu gehen. Er brachte es sogar fertig, einem etwas von vernickelten Stoffschieberschaukelwellen und rasanterer Verknüpfung beim Doppelstepplicht zu erzählen, während man sich über Schotter und Gleise quälte, ein Gerät auf dem Buckel, das, ob heimischer oder fremder Herkunft, so schwer wie ein Dreschkasten wog. Einmal bei solcher Begegnung, er befreit und ich beladen, fiel mir auf seinen Marktgeschrei zu sagen oder fiel mir zu ächzen ein, was du nicht sagst, da bin ich ja ganz pfaff, und damit war ich erst mal Sieger. Wir waren nach all den Feldwebelwitzen nicht verwöhnt, und da hielt sich der Spruch, da bin ich ja ganz pfaff, der dann etwas verfeinert wurde zu, da bin ich aber pfaff, doch recht lange und war auch immer erheiternd. Für Brünjes nicht, der ließ sich den Vormittag kaum noch vernehmen, aber in der Pause zeigte sich, dass er über die Wiederherstellung seines Ansehens nachgesonnen hatte. Was meint ihr denn, wo die Maschinen herkommen? fragte er, und er gab auch gleich die Antwort. Die kommen nicht aus der Fabrik und nicht aus dem Laden. Die kommen direkt aus unseren Wohnungen. Die sind geklaut worden, die sind unseren Frauen geklaut worden. Da bist du wohl pfaff, du grüner Klugscheißer. Vielleicht hast du vorhin deiner Mutti ihre Maschinchenrichtung Donkosacken verladen. Die werden das zwar für eine Orgel halten und sich wundern, dass keine Musik kommt, Maschin kaputt, aber deine Mutti ist erst mal eine Ese, und wer weiß, was ihr noch alles fehlt. Es war nicht sehr schlau von mir zu sagen, bei mir zu Hause seien die Engländer, denn nun meldeten sich einige, bei denen die Russen waren, und es dauerte nicht lange, bis einer meinte, tatsächlich sei ihm heute Morgen eine Mahagoni-verkleidete Miele sehr bekannt vorgekommen, und er wohne in Fürstenberg an der Havel. Es war nicht schwer zu raten, dass in der Stille, die sich jetzt ausbreitete, ein jeder mit der Frage beschäftigt war, ob auch ihm eine Bekannte begegnet sei, oder ob auch eine seiner Bekannten oder Verwandten nun ohne Nähgerät war. Der Knopfhändler hatte ein Gespür für den richtigen Augenblick. An der Grenze zwischen grimmigem Schweigen und grimmigem Schimpfen sagte er, »Einigermaßen schändlich finde ich es ja, dass wir unsere eigenen Maschinen verladen müssen, aber das ist eben Zwangsarbeit.« Nur so viel kann ich euch sagen, wenn mir eine Pfaff unter die Hände käme, von der ich wüsste, auf der hat meine Frau das Taufkleid für die Kleine genäht und den Konfirmationsanzug vom Jungen, oder sagen wir, ich fände ein Stück, das ich selber verkauft habe, vielleicht an die Witwe Schneiderhahn, Teilzahlung, die ihre acht Kinder damit durchgebracht hat, oder an unsere Nachbarssohn Karlchen Schlöf, der seiner Mutter eine Versenkbare geschenkt hat, als er durchs Assessorexamen war, also in diesem Falle hielte ich mich für berechtigt, das Schiffchen als Andenken einzubehalten. Er musste nicht lange warten, bis ihn einer von unseren beiden schlesischen Heuern fragte, wo denn dieses Schiffchen zu finden sei. Brünis zeigte es uns, und er zeigte uns auch, wie man das Schiffchen aus seiner Halterung löste, und er zeigte uns, dass eine Schlackenhalde der richtige Ort war, die kleinen Maschinenteile für lange zu verwahren. »Ja«, sagte er, »ich glaube nicht, dass ich im weiten Russland die passenden Ersatzschiffchen so rasch finden werden. Da wird denn wohl durch das weite Russenland das schöne Lied erklingen, »Tante Hedwig, Tante Hedwig, die Nähmaschine geht nicht«, oder, weil die Russendamen nicht Hedwig heißen, »Tante Anna, Tante Anna, der Nähmaschine hat Panna.« Er hatte enormen Erfolg, wenn gleich unser Gelächter die Posten auf den Gedanken brachte, unsere Pause sei nun lang genug gewesen. Natürlich gefällt es mir nicht zu wissen, dass ich fast so viele Schiffchen in die Schlacke geworfen habe, wie ich Maschinen schleppte, aber wenn es ums Gefallen ging, dürfte ich gar nicht erst über mich nachdenken. Ich weiß, dass mich einmal der Gedanke streifte, die Nähgeräte seien wohl kaum dem Marschall Stalin persönlich zugedacht, aber ich ließ rasch von dieser Überlegung und stellte mir mit einiger Anstrengung vor, wie das war, wenn fremde Soldaten in eine Stube traten, um einer Frau die Nähmaschine fortzunehmen. Die Tante Anna, dachte ich, oder die Tante Ritter, könnten sie dann auch gleich mitschleppen, denn mir war fast, als hätte ich die beiden nie anders als an den Apparaten von Isaac Singer gesehen. In meinem Zorn geriet ich aus dem Schleichtempo, in dem wir uns bei der Arbeit bewegten, und ich holte Gessner ein, der über den Schotter taumelte, obwohl ihm die Auslader immer nur die leichtesten Modelle aufgepackt hatten. Er war Bankdirektor, und wenn die anderen in seiner Firma so gebaut waren wie er, dann brauchten sie sechs Mann, um eine Tresortür zuzuschieben. Ich glaube zwar nicht ganz an den Direktor, weil sich hier beinahe jeder Buchhalter, wer weiß warum, zum Prokuristen beförderte, und weil mir die Vorstellung von einem Bankdirektor als Infanterist einigermaßen schwer fiel, aber Gessner war putzig, ich mochte ihn. Er war höflich und zurückhaltend, wie sich das bei seinem Körperbau empfahl, aber er war doch in der Krawallbaracke gelandet und auch zu Recht, denn er hatte seinem Nachbarn im Bad mit der schweren Waschschüssel eine Rippe eingeschlagen, weil der, nackt wie er, ihm beim Waschen nicht genug Ellbogenfreiheit ließ. Er gab sich ersichtlich Mühe, die grobe Sprache des Lagers aufzunehmen, das klang komisch, weil er schon ein Alltagswort wie Scheiße nur mit Anlauf meisterte. Ich blieb neben ihm, weil ich fürchten musste, er werde gleich unter seinem Maschinchen zusammenbrechen, und als es fast so weit war, half ich ihm, es abzusetzen. Die Scheiße hat ja ein enormes Gewicht, stöhnte er, aber anstatt seinen Atem zu sparen, fuhr er gleich fort. Die Scheiße mit dem Schiffchen ist scheiße, und sie ist eminent gefährlich. Wenn man dich bei dieser Sabotage betrifft, ist der Arsch ab, Junge. Man wird mich schon nicht betreffen, sagte ich, aber da hat Brünjesus recht, die sind geklaut. Während wir jedem Mütterchen in der Ukraine eine Nähmaschine mitgebracht haben, sagte er. Das behaupte ich nicht, ich war nicht dabei, aber ich weiß, dass vor uns kein Huhn und kein Filzstiefel sicher gewesen ist. Ich weiß auch, dass mein Vater sein Urlaubsgepäck aus Frankreich auf dem Bootswagen vom Bahnhof gekaut hat. Dann multipliziere deinen Vater mit der deutschen Wehrmacht, und dann hast du die Scheiße. Das war Krieg, sagte ich. Ach, und nun ist wohl Frieden. Nun stehen die Toten wieder auf, die Krüppel setzen ihre Beine wieder ein, die Häuser vergessen, dass sie gebrannt haben, die Gräben und Bunker ebnen sich ein und begrünen sich, und gleich ist der alte Acker da und Försterwald, denn nun ist ja Frieden. Glaubst du die Scheiße? Von unseren Nähmaschinen wird der Acker auch nicht wieder, sagte ich, und einer muss mal aufhören. Junge, wir waren es aber nicht, die aufgehört haben, macht dir das klar. Sie mussten uns erst so in den Arsch treten, dass wir unsere eigene Scheiße zu schlucken kriegten, dann haben wir den Wunsch geäußert, man möge doch nun aufhören. Und hörst du auf, wenn du die Schiffchen in die Schlacke wirfst? Was willst du denn nun? Dass aufgehört wird? Dann höre du doch auf. Scheiße! Ich werde dir jetzt diese Maschine auf den Buckel hieven, sagte ich, und das Schiffchen lasse ich dir drin, damit dir nichts zu einem guten Gewissen fehlt. Ich wollte die Russen wehren in Hessen. Du bist doch aus Hessen, oder? Ach, sagte er, das wäre in diesem Falle nicht so von Bedeutung. Mein Haus ist verbrannt und die Nähmaschine auch, mit einem präzisen Wort. Scheiße! An einem hellen Junimorgen hat mich einmal das Heimweh so plötzlich gepackt, dass ich Mühe hatte, nicht einfach loszuschreien. Ich weiß nicht, wie solche Gefühle zustande kommen, was sie auslöst und was sie schwinden lässt. Ich weiß nur, dass sie ähnlich sind wie das Herzweh von ganz junger Liebe. Später hat man damit, ich rede von der Liebe, auch seine Schmerzen, aber die sind schon anders. Man weiß inzwischen, dass sie vergehen oder einen doch nicht umbringen. Man hält sie für umso unzulässiger, je älter man geworden ist, und man nimmt ihnen die Kraft, indem man sie mit Spott durchschießt. Man lässt böse Gedanken auf sie los, die sie zerbeißen, und weil man nun schon glauben muss, dass es den Tod gibt, weiß man auch von der zuverlässigen Endlichkeit solche Gefühle. Am Anfang ist das anders. Am Anfang beherrscht der Augenblick das Leben. Alles wird ewig so sein, wie es jetzt ist. Man ist noch ungeteilt in frühen Jahren. Man ist ganz, ganz unglücklich, ganz glücklich. Die zwei Seelen, die bilden sich erst später aus. Später erst hat man Gegenmittel gleich bei sich, gleich in sich. Später erst ist man zweimal. Also manns genug, sich zu wehren gegen übermäßiges Leid und übermäßiges Glück. Am Anfang können wir uns nicht so wehren, sollen es wohl auch nicht. Wir müssen daran glauben lernen, dass wir fliegen können und stürzen können in den fast unheilbaren Bruch. Wenn ich denke, wie erste Liebe war. Fassungsloses Erwachen mit der Erinnerung an einen gestrigen Blick. Fressgier als ein Teil von allgemeinem Unmaß. Entfernungen gibt es nicht. Zeit gibt es, empörend zu viel Zeit zwischen Jetzt und dem Wiedersehen. Zu Entschlüssen kommt man, die hätten Ajax und Alexander und Siegfried nicht geträumt. Man singt, wieso singt man, obwohl man Verwandte hat? Entdeckungen, Entdeckungen, Sommersprossen können kleidsam sein. Lispeln klingt so vertraulich. Ich bin witzig. Sie hat gesagt, ich bin witzig. Ich bin also, denn ich bin witzig. Die kennt Berti Koch, der gehört erschlagen. Ich bin ziemlich mörderisch. Mädchen haben andere Hüften. Langsam gehen und mit kurzem Schritt ist gar nicht einfach. Gar nicht einfach, aber ein Genuss. Mädchen sind Menschen mit einer anderen Bluttemperatur. Ich bin ihr sympathisch, hat sie gesagt. Und ich habe gesagt, sie ist mir auch sympathisch. Das ist ja nicht zu fassen. Alle mal rauskommen, alle mal herhören. Ich bin ihr sympathisch. Ich ihr. Und dann diese anderen Entdeckungen, dass ihr auch andere sympathisch sind, dass sie plötzlich nicht mehr versteht, wovon die Rede ist, dass sie den Film aber gar nicht so gut fand, dass sie nun gar keine Zeit hat, dass sie überhaupt nicht mehr greifbar wird, dass sie dir verloren geht. Alle im Haus bleiben, alle nicht herhören, alle nicht aufsehen. Mark Niebuhr macht sich nun ans Sterben. Herzweh und Herzeleid, das spricht sich nur mit gekräuselter Lippe, aber es gibt das. Und so muss es sein, wenn die Seele, anderes Kräuselwort, wenn die Seele verblutet. Heimweh ist ganz ähnlich, was ja nicht wundern kann, denn Liebe und Verlust sind wiederum im Spiel. Und auch Heimweh ist wie Liebesleid von Doppelart. Genuss ist eingemischt in den Schmerz. Was einem schrecklich widerfährt, macht einen doch besonders unmöglich, dass ein anderer so im Unglück wäre und ebenso unmöglich daher, dass ein anderer wäre wie wir. Ich weiß genau, wie sehr ich mich bedeutend fand, als ich das erste große Heimweh hatte und auch den Namen schon dazu. Das war bei Eckernförde an der Bucht bei Kiel. Es gibt kein dreckigeres Wasser auf der Welt als das in dieser Ostsee-Ecke. Es gibt kein kälteres und keins mit noch mehr Salz. In diese Mordjauche jagten sie uns jeden Morgen um sechs gleich nach dem anderen Mord, den sie Waldlauf nannten. In die Tümpelbrühe musste man tauchen und wer deutsch und männlich werden wollte, putzte die Zähne damit, ohne Zahnputzmittel, denn mit wäre es nicht so deutsch und nicht so männlich gewesen. Der Kaffee zum Frühstück kann nicht anders als aus demselben billigen Wasser gewesen sein und der Tag verging uns mit Vierfruchtmarmelade, Weltanschauung und körperlicher Ertüchtigung. Ich habe mir dort nicht viel Männlichkeit und Deutschtum zugezogen. Ich habe sogar an Flucht und Desertion gedacht, aber ein anderer hat nicht nur daran gedacht, der ist wirklich davon gelaufen. Der wollte zu Fuß von Eckernförde nach Husum, wo er zu Hause war. Der wollte nach Haus zu seiner Mutter, weil er noch nicht ganz elf Jahre alt war und nicht verstand, dass man bei Vierfruchtmarmelade und körperlicher Ertüchtigung immer deutscher wurde. Vielleicht wollte er es auch gar nicht werden, denn er ist fortgerannt und unsere Führer sind auf ihre Motorräder gestiegen und haben ihn gesucht und haben ihn gefunden und haben ihn gebracht. Ins Lager sind sie eingefahren, eine Kette von fünf Jungmännern auf Zündabmaschinen und vor der Kette ist der Junge ins Lager gestolpert. Er wusste, was ich bis heute weiß. Sie hätten ihn überfahren, wenn er gefallen wäre. Sie hätten ihn vor unseren Augen überfahren. Sie haben ja auch das andere vor unseren Augen gemacht, für unsere Augen. Sie haben dem Jungen, der zehn Jahre alt war, so alt wie wir anderen auch, einen Turnister übergehängt, den hatten sie mit nassem Strandsand gefüllt und die Trageriemen hatten sie gegen zwei Enden Telefondraht ausgetauscht und dann haben sie den Jungen, der nicht älter war als ich, an der Innenseite vom Zaun ums Lager marschieren lassen und singen lassen haben sie ihn. Unsere Fahne flattert uns voran, in die Zukunft ziehen wir Mann für Mann, unsere Fahne führt uns in die Ewigkeit, unsere Fahne ist mehr als der Tod. Ich habe das dann nie mehr so richtig geglaubt und es ist mir gleichgültig, ob man das mir abnimmt oder nicht. Ich weiß es ja. Und ich spüre bis zum heutigen Tag, die Telefondräte in der Haut über meinen Schlüsselbeinen und ich weiß, wie der Sand in den Zähnen des Jungen geknirscht und geschmeckt hat, wenn der Sand im Turnister ihn wieder und wieder in den Lagersand gezogen hatte. Sie haben es übertrieben. Sie haben uns ihre Macht zeigen wollen und das, was uns drohte, wenn wir uns ihrer Macht entziehen wollten. Das haben sie uns gezeigt. Der kleine Junge mit dem Turnister voll Sand ist verständlich für jedermann gewesen. Es ist keiner mehr fortgelaufen. Und doch müssen sie mehr als nur mich verloren haben. Sie haben übertrieben, denn sie haben uns nicht nur die Furcht vor Strafe beigebracht, sondern die Furcht vor ihnen. Sie haben mir und gewiss einigen anderen noch gezeigt, dass wir nicht Brüder waren. Sie haben in mir die Furcht geweckt vor der Zukunft mit ihnen. Nein, die Lektion reichte nicht aus, mich zu ihrem Feind zu machen. Wir waren nur Fremde fortan. Und am Abend dieses Tages, den Jungen hatten sie schon fortgeschafft, ich erfuhr nie wohin, und mich hatten sie an das Lagertor gestellt, weil die Reihe an mir war, es zu bewachen. Am Abend dieses Tages bin ich im Heimweh fast ertrunken. Da helft die Einsicht nicht, dass Marne nicht hinter den Anden lag, sondern zwei Tagesmärsche nach Südwesten, zwei Zugstunden weit am anderen Ende vom Nordostseekanal. Das machte die Sache nur schlimmer. Da war mir als läge Marne hinter dem nächsten Heckenzaun über die Pferdekoppel gleich hinterm Knick aus Haselbüschen, zwei Daumensprünge links der Wolke im Tagesabschiedsrot und wäre doch für immer unerreichbar. Da half das Kalenderwissen nicht nur noch zwei Wochen. Zwei Wochen waren die Ewigkeit, und die Ewigkeit war der Tod, und der Tod war mehr als die Fahne, und ich wollte nur nach Hause. Aber ich glaube, es war da auch anderes im Spiel, dass ich so litt und doch mein Amt versah, dass mir das Herz bebte, und dass ich doch mit den Hacken schlug, dass ich mich mit Tränen in den Augenwinkeln fort vom Lager sehnte und doch sein Tor bewachte, das gab dem Leid auf seltsame Weise etwas bei, dass ich nur darum nicht Lust zu nennen wagte, weil es mir ungeheuerlich vorgekommen wäre, bei so quälendem Unglück von Lust zu reden. Ich habe seit langem nicht in der Nibelungengeschichte gelesen und weiß deshalb nicht, ob Volker, der Spielmann, wirklich das ist, was er mir in meiner Jugend und schon in meiner Kindheit gewesen ist, ein Recke mit Gefühlen, ein Dichter, der einen harten Kanten schlagen konnte, ein Getreuer, der es war, obwohl er wusste, dass er daran sterben würde, und einer, der aus solcher Lebensverfassung noch Lieder zu machen verstand. Hätten wir jemals Nibelungen gespielt? Seltsam, wir haben es nicht getan, obwohl wir doch ständig in Rollen lebten, Indianer, Gendarmen, Trapper, Räuber, Schmuggler, Richthofen und Mölders, Zirkusclowns und Hitlerjunge Quecks, hätten wir je die Nibelungen gespielt und den Untergang ein Etzelshof. Ich hätte nie etwas anderes sein wollen, als Volker von Alt sei, der Vide laere. Es hat ja diesen Streit gegeben, ob das Nibelungenlied zulässig sei, als eine Lektüre in friedlichen Zeiten und für friedliche Zeiten. Ich bin da kein Fachmann, aber wenn ich eine Figur unter Verdacht bringen sollte, dann müsste ich mich für Volker entscheiden, der mir so nahe gewesen ist. Treue, das war nicht blöde, den Kopf hinhalten, weil es einmal so verabredet war. Treue ging nach Volkers Weise. Man wusste den Untergang und litt an diesem Wissen und machte eine Musik darauf. Es war keine gute Wahl, entweder den Hildebrand erschlagen zu müssen oder vom Hildebrand erschlagen zu werden. Solcher Zwang drückte ans Herz. Aber was war zu machen, der Tod des einen oder des anderen war unausweichlich. Und so sang man vorher noch ein Lied, das war so süß und war so bitter. Und wenn auch vorher und künftig alles scheiße war, mit dem Abend vor dem Schlachtetod, mit dem Lied auf der Bank in Etzelsburg, mit der Stunde, wo Freund und Feind gleich angerührt, Volker dem Spielmann lauschten, mit diesem Abgang aus einer Lebensgeschichte, hatte sich das Leben doch verlohnt. Vor dem Tor zum Lager an der Eckernförder Bucht, am Abend nach dem Schindertag, im Seelenelend nach der Entdeckung von Rohheit, wo ich Härte, und von Gemeinheit, wo ich andere Härte vermutet und gebilligt hätte, bei schneidender Sehnsucht nach meinem milden Zuhause lieh ich mir des Spielmanns Haltung, schauderte vor meinem Los, hatte die Furcht im Hals und war doch der getreue Wächter über den Schlaf der getreuen und doch etwas stumpferen Gefährten in Etzelsburg an der jauchigen Ostsee. Als ich acht Jahre älter war und an einem polnischen Junimorgen von der Gleisböschung her zusah, wie vorbeirollende Achslast Schiene und Schwelle für Augenblicke tiefer in den Schotter drückte, und als ich hörte, wie der Räderschlag über Schienenstahl und Schwellenholz in die steinerne Bettung dröhnte, und als ich in Ton und Bewegung eine alte Melodie erkannte, die mir lieb war aus Heide- und Rauchwurstzeiten, von Abenden mit Krabben und gebratener Scholle, von Morgenstunden durch die Möwen schrien und Nebel ging, da ließ ich mich, ich glaube zum ersten Mal in diesem halben Jahr so anderen Daseins vom Mitleid mit mir selber überwältigen, und hatte nur noch den Verstand, die Böschung hinaufzukriechen und das Heulen zu verschieben, bis in die Kuscheln dort oben am Schienenweg zwischen Radom und Lublin, beides in Polen. Von Volker, dem Spielmann, keine Spur. Oder doch? Ich glaube insofern schon, als ich sehr missbilligte, was ich tat, und insofern auch, als ich staunte, weil ich so heulends noch fähig war. Es hielt ein Zug auf der Ausweichspur, das wendete mich wieder nach außen. Es war wie immer in solchen Fällen, Waggontüren wurden aufgeschoben, Männer sprangen heraus, reckten sich, halfen Frauen aus den Luken, die kreischten, alles schlug sich in die Büsche, hier und da fluchte jemand, wahrscheinlich, weil schon andere in diesen Büschen gewesen waren. Dann holten sie Wasser, dann suchten sie Holz, dann machten sie Feuer, und dann roch es bald, O Himmel, O Hölle! Unsere Posten hielten darauf, dass wir abseits blieben, seitdem zwei heimkehrende Ostarbeiter unseren Schirrmeister verdroschen hatten, der hatte aber auch eine Art, Dalli Dalli zu schreien. Trotzdem versuchten wir immer, an die Wagen heranzukommen, schließlich hatte der Vorgang etwas von durchreißendem Zirkus, und wahrscheinlich hatte jeder von uns die Gesichter der anderen schon lange satt. »Marek«, sagte der Eisenbahner zu mir, der keine Gelegenheit ausließ, sein Deutsch vorzuzeigen, »nimmst du Spaten und Schippe und Picke und gehst mit diese Menschen.« Diese Menschen waren zwei jüngere Männer, die gar nicht freundlich aussahen, aber den Eisenbahner, der sonst mit dem Werkzeug eigen war, hatten sie mit einer Zigarette freundlich gemacht. Die beiden stiegen die Böschung hinauf, und der Eisenbahner bedeutete mir mit einer albernen Verbeugung, ich solle ihnen folgen. Die Verbeugung musste er aus einem Film haben, ich grübelte schon seit langem, aus welchem. Ich war es gewöhnt, dass man mich etwas tun hieß, ohne sich weiter zu erklären, aber mit diesen beiden jungen Männern war es anders. Für ihre Zigarette hatten sie sich das Werkzeug ausgeliehen, aber mich doch nicht. Ich schaltete mich also herunter auf »blöd«, das geht nach einiger Übung ganz gut. Man hört wirklich schwer und begreift lange nicht und bewegt sich wie einer, der eben aus dem Krankenhaus kommt, Magenoperation nur noch ein Drittel übrig. Gut also, nach längerer Verhandlung verstand ich, ich sollte ein Loch ausheben, und bis zum ersten Spatenstich zeigte ich den beiden eine Menge Arbeitsritual. Man gräbt ja nicht einfach drauf los, man macht sich doch erst seine Gedanken, ob das Gerät die Bodenberührung aushält, ob man sich täuschte oder ob der Griff des Spatens wirklich so seltsam knirscht, wenn man ihn etwas fester packt, ob die Spatenschneide scharf genug ist, mit dem Granit fertig zu werden, der im Boden gleich zu gewärtigen ist, ob der Spatenstiel tatsächlich den enormen Belastungen gewachsen sein wird, denen ihn auszusetzen, man demnächst wird nicht umhin können. Nach der Werkzeugprüfung die Bodeninspektion. Schließlich war nicht ausgeschlossen, dass man bei einer unvorsichtigen Bewegung auf einen Blindgänger stieße, auf Minen oder Öl oder einen heißen Geysir freilegte. In dieser Abteilung kam ich aber nicht weit, denn einer der Männer sagte zu mir, ich sehe, du machst ganz gut, aber wir haben leider nicht Zeit zu studieren, die ganze Nummer. Einmal habe ich einen gekannt, der hat einen Spaten geklopft, ob auch richtiger Kammerton ist. Leider die Zeit, der Zug. Gib Werkzeug, setz dich hin, wir machen Grab. Sie arbeiteten, wie es nur Leute tun, die für sich selber arbeiten, mit fließenden und ausgesteuerten Bewegungen, fast wortlos zu zweit, wie einer. Einer stach das Rechteck aus und zerteilte die Krautnarbe mit bemessenen Spatenschnitten, der andere hob die Grassoden mit der Schaufel ab und schichtete sie sorgfältig zu einer niedrigen Mauer. Der eine lockerte mit schnellen und scharfen Pickenhieben den lehmversetzten Sand und der andere grub sich mit Spaten und Schaufel in die Erde. Die aufgeworfenen Hügel an den Längsseiten des Loches wuchsen rasch, die jungen Männer hängten ihre Hemden in Kieferngezweig und ich wusste gar nicht, was ich von dem allen zu halten hatte. Sicher schien mir nur zu sein, dass es kein Grab war, was sie machten. Zwar hatte ich selber noch keines gegraben, das heißt, keines, in das nur einer sollte, aber ich hatte doch genügend offene Gräber gesehen, um zu wissen, wie so etwas bemessen war. Wie ich dies eben erzähle, bemerke ich, dass ich doch nicht so verwildert gewesen bin, für einen Augenblick zu glauben, es könnte mein Bestimmungsort sein, an dem die beiden da schachteten. Immerhin, gesetzt, es wäre so gewesen, dann hätte das Loch schon ausgereicht, einen erwachsenen Menschen unversagt einzuscharren. Nein, daran dachte ich nicht, aber weil ich glauben muss, dass ich ein halbes Jahr früher noch so etwas hätte fürchten können, sollte ich vielleicht von mir als von einem Menschen reden, der inzwischen schon nicht mehr so ganz verwildert, schon etwas entwildert war. Doch anfangs habe ich jeden Griff an die Pistolentasche, als eine Bewegung auf mein Ende zugedeutet, anfangs ganz bestimmt hätte mich die Aufforderung, ein Loch zu graben, in feindliche Erde, auf der ich als Feind betroffen worden war, mit der Gewissheit von meiner jähen Abfahrt versehen, und ich hätte das Auge nicht gehabt, die Fertigkeit von zwei Männern zu bewundern, die eine Grube gruben, denn anfangs wäre das ohne allen Zweifel, ohne alle Hoffnung, meine Grube gewesen. Noch viel früher allerdings, in meinen Kindertagen, hatten Worte, bloße Worte wie Grab oder Friedhof, ausgereicht, mich in seltsame Zustände zu versetzen, in den des absoluten Ungehorsams, der starrsinnigsten Verweigerung, und in eine unglaubliche Ungezogenheit, in der ich mich nicht scheute, wie ein Tier zu brüllen und mich am Boden zu wälzen. Ich muss schon über die 16 hinaus gewesen sein, als ich zum ersten Mal einen Friedhof betrat, und ich muss einen verengten Atem dabei gehabt haben und einen aufs Notwendigste beschränkten Blick, denn meine Erinnerung daran ist wenig lebhaft und besteht aus Ausschnitten, die nicht zueinander passen. Ich halte es nicht für erforderlich, besondere Gründe herbeizusuchen, die es machen, dass einer für Tod und Totes nicht zu haben ist. Wo die Dinge umgekehrt liegen, sollte man sich schon einmal erkundigen. Ich habe also dort an der Ausweichstelle der polnischen Eisenbahn den beiden jungen Männern zugesehen, die ein Erdloch aushuben, und bin ganz ruhig geworden, als klar war, dass die Gruppenmaße nicht zu einem Sarge stimmten. Wie das nach starker Erschöpfung geht, und die Heimwehheulerei hatte mich natürlich erschöpft, bin ich da gesessen, fast zufrieden, fast schwerelos, fast beziehungslos zu meiner Umgebung, und ich habe mir kaum noch die Mühe gemacht, neugierig zu sein auf das, was mit dem Loch nun werden sollte. Nimm Werkzeug, warte, sitz abseits, wir brauchen nachher noch einmal, da sagte der Sprecher der beiden Männer zu mir, und dann stiegen sie den Hang zum Gleis hinunter, aber nicht dort, wo wir heraufgekommen waren, sondern an einer längst nicht so steilen Stelle. Mir wäre es recht gewesen, wenn der Tag so hätte vergehen wollen. Der Himmel war heute ein besonders hochgezogenes, weißgeflecktes, blaues Zelt, das mächtige Horizonte abspannte, man konnte, wenn man darauf aus war, Frühkartoffeln riechen, und erste Heumat, und das Kiefernharz in der Sonne, und ich roch, obwohl ich mich abseits gesetzt hatte, wie mir geheißen worden war, den frisch aufgeworfenen Sand neben der verlassenen Grube. Es war einer jener Augenblicke, in denen man bereit ist, so wie man da ist, zu bleiben, sich, indem man sich nicht rührt, seine Umgebung anzuverwandeln, wie ein Strauch zu werden, geschützt, verwurzelt, und ohne Gedanken. Das war erhebend nach der schrecklichen Erniedrigung die Stunde davor. Und dieses Gefühl wurde zu einem Gedanken. Wenn ich nicht zertreten worden bin bis jetzt, so wird es auch nicht mehr geschehen, und so bleibt mir noch eine Aussicht. Janibur, doch, es ist nicht ausgeschlossen. Es ist denkbar, es lässt sich noch für möglich halten, dass auch du eines Tages wie da unten die in einer Waggontüre sitzest, in die Sonne blinzelst und weißt, dass du ihr ein Stück näher fährst, nach Hause nämlich. Und keiner wird dir einen Panzerwagen nachschicken oder Jungmannen auf Zündabmaschinen, damit du ihnen um einen Bischofsdom robbst, oder einen Koch erschießt, oder einen sandgefüllten Tornister schleppst, oder eine Schiene hebelst, oder eine Grube gräbst. Es war ein verbotener Gedanke, so viel war mir klar. Man frisst nicht vom Schnee und man denkt nicht an Heimkehr, wenn man sich noch gar nicht eingedacht hat, ins Gefangensein. An Heimkehrdenken heißt, sich das Heimweh an den Hals zu holen und Heimweh zu dulden heißt, Schwächung zu dulden an einem harten Ort, an den man jetzt gebunden ist. Gut, denken wir nicht so außerordentlich, das so zermürbendes Meer, schieben wir ein Schott waagerecht über den Brauen zwischen Augen und Stirn? Schotten wir die Verbindung ab zwischen Sehen und Denken, zwischen dem Wahrnehmen und dem Denken? Kontrollieren wir, wenn er denn doch nicht völlig unterbunden werden kann, äußerst genau den Verkehr zwischen der oberen Abteilung des Kopfes und allen darunter liegenden Fühl- und Schmeck- und Riech- und Sicht- und Horch-Einrichtungen? Und lassen wir von unten nach oben nur passieren und lassen wir von oben nur in den Wahl- und Entscheidprozess, was für das Leben im Augenblick, was für diesen Augenblick des Lebens unvermeidlich unverschiebbar ist. Das geht. Man kann es, wenn man es lange genug will. Man kann es immer besser und gefährlich ist daran nur, dass man es nicht einfach durch Vorsatz umkehren kann. Es wird damit gehen, wie mit dem Arm, den man zu lange stille hält. Verkümmert ist der rasch, aufgeweckt zu neuem Leben, nur bei zäher Übung. Und auch dann nicht immer ganz. Ich war nur in Grenzen in Gefahr. Ich war zu neugierig und dann ist man auf Denken angewiesen. Und weil ich so war und froh auch, mit Grund der Arbeit der anderen fernbleiben zu können, blieb ich beim Werkzeug in der Nähe der Grube, die erdig roch und ich blieb auch dort sitzen, als der Leichenzug den Bahndamm hochstieg. Ich habe keinen Sarg gesehen und zunächst auch keinen Leichnam, doch um welche Art Begängnis es sich handelte, war überdeutlich. Da war die Stille, die man hört, wenn ein Schluchzen sie unterbricht. Eine Stille, die unheimlich ist, weil man so viele Menschen sieht und so viel Laut erwartet. Da war die verzögerte Bewegung, als ob es darum ginge, den Toten noch etwas länger über der Erde zu halten. Da war diese seltsame Würde bei gesenktem Blick oder erhobenem Haupt, die immer etwas trotzige Würde, an der man Verlust erkennt und Kampfansage auch. Und da war der Leichnam. Die Leiche eines Kindes sicherlich, eingebündelt in eine bunte Decke, in eine Tischdecke, vielleicht mit einer schwereren Decke darunter, ein Bündelchen, das einer der beiden Männer trug, die eben die Grube gegraben hatten, der eine, der nicht Deutsch konnte oder es nicht sprach. Jetzt sah ich, warum sie vorhin den sanfteren Weg zu den Schienen hinunter gesucht hatten, denn der Zug kam diesen Weg herauf und es war auch so noch mühselig für den Mann mit dem toten Kind im Arm und sein Freund stützte ihn, schob ihn beinahe den Hang hinauf und es war noch einmal zu sehen, dass die beiden einander lange kannten. Ich bin aufgestanden, weil man nicht herumsitzt, wenn einer begraben wird und ich bin etwas weiter zurück unter die Kiefernzweige getreten, weil ich mir selber sagen konnte, dass ich hier nicht viel verloren hatte. Ein älterer Mann hat wohl die Rolle des Pfarrers übernommen. Ich meinte das an seinem Ton zu erkennen und an dem Lied, das sie nach seiner Rede sangen und der Freund hat auch gesprochen, aber anders und das Lied, das sie dann gesungen haben, hat auch anders geklungen. Der Vater ist in die Grube gestiegen, der Freund hat ihnen das Bündel gereicht und eine junge Frau haben sie fortziehen müssen und die hat sehr geweint. Und dann haben sie alle ihre drei Handvoll Erde in die Grube geworfen, aber anders, als man es kennt. Der Freund hat damit begonnen und die anderen haben es ihm nachgemacht. Er hat nur wenig von dem lehmigen Sand genommen, ist in die Knie gegangen, aber nicht so, dass man denken konnte, er bete dort, eher vielleicht, weil er sich scheute, den Sand aus großer Höhe auf das Kind zu werfen, denn es hat ja keinen Sarg gehabt. Einige haben noch herumstehen wollen, aber der Vater des Kindes hat sie mit scharfen Worten zum Zug hinunter geschickt und nur er und der Freund sind geblieben, das Grab zu schließen. Der Freund ist zu mir unter den Baum gekommen und hat die Schaufel und den Spaten geholt. Und als ich ihn fragte, ob ich helfen dürfe, hat er Nein gesagt. 6 Mein Abschied von der polnischen Eisenbahn ist albern gewesen, weil mir heimkehrende Weißrussen oder Ukrainer aus einem vorbeifahrenden Zug etwas an den Kopf geworfen haben. Ein rundes und überhartes Brot, wie ich später hörte. So geht das, wenn der Mensch Freundliches denkt, zum Beispiel, die armen Schweine da draußen haben bestimmt Hunger und hier war doch noch so ein altes Brot. Und wenn er physikalisch es nicht mitbedenkt, zum Beispiel, dass ein 3 Pfund Brot wenn es aus einem bewegten Fahrzeug in dessen Bewegungsrichtung geschleudert wird, für einen Augenblick die Geschwindigkeit besagten Fahrzeugs behält und gesetztes Drift auf einen ruhenden Gegenstand einen entschieden stärkeren Eindruck macht, als man es von läppischen 3 Pfunden erwarten möchte. Ich war wie vor den Kopf geschlagen und es traf sich, dass ich einen rasierten Schädel hatte. So sah man gleich, wo mir die Haut geplatzt war und man sah auch, dass ich Glück gehabt hatte. Das Geschoss war nicht im rechten Winkel auf die Stirnwand getroffen, der Winkel war stumpf gewesen und das hatte dem Aufschlag einige Wirkung genommen. Es reichte, mir ein Stück Skalp aufzuklappen und mir zeitweilig die Übersicht zu nehmen. Es reichte für eine Platzwunde und eine Gehirnerschütterung und vor allem reichte es wieder zur Überweisung in das verfluchte Lazarett. Einer aus meiner Stopferkolonne hat den Anstand gehabt, mir ein Stück von dem Brot zu sichern und in die Bluse zu stecken. Es waren nicht nur die ganzen 3 Pfund. Es hat, wenn meine vertrübte Erinnerung richtig geht, ungefähr Faustgröße gehabt. Aber der pritschen Chef im Lazarett, dem ich es überreichte, weil mir Spei übel war, hat es angenommen, ohne sich zu zieren und ich habe einen anständigen Platz gekriegt. Ich glaube, die kleine Ärztin hat sich wirklich gefreut, Nibu aus Dietmarschen wiederzusehen. Ich habe ihre Näharbeit auf meinem Kopf nicht einmal gespürt und von der ganzen Affäre weiß ich eigentlich nur, dass ich einen Traum gehabt habe, der sich im Kreise drehte. Erich, der Fuhrunternehmer aus Pirna ist mit mir die Filmgeschichte durchgegangen und hat mir sämtliche Szenen nicht nur erzählt, sondern vorgespielt, in denen Verbeugungen vorkamen und ich habe herauszufinden versucht, von welcher der Eisenbahner seinen albernen Bückling abgeguckt hatte. Ich weiß, dass Träume übertreiben, aber es wird schon stimmen, dass in beinahe jedem Film Verbeugungen vorkamen. Ich habe sie alle gesehen, Ausschweifende in höfischem Zeremoniell, äußerst knappe Scheitelbewegungen zwischen verfeindeten Gutsbesitzern, Tanzstundendiener vor besonders blöder Kuh, Knechtsknicks nach üppigem Taufgeschenk, Grußtarsch zwischen Henker und Delinquent auf dem Guillotinenblock, Dankkundgebung mit eben verliehenem Stern am Hals, Küsters Kratzfuß, Künstlers geschwindelte Demutskurve, gewinkeltes Knie aus Ehrfurcht und Furcht und überwältigender Liebe vorm Grab und vorm Altar und vor Duellbeginn mit Hingabe und in tückischer Verschlagenheit. Ich habe Marschelle sich beugen sehen vor Majestäten, Matronen vor minderjährigen Thronfolgerinnen, Matrosen vor Besoffenheit, Poeten vor adeligen Saufsäcken, Poeten vor Hutmacherinnen, Poeten vor einem gelungenen Gedicht. Ich habe den Beinschlag ausgeübt gesehen von Vertretern aller Klassen, Altersklassen, Stände und Schichten, Chargen und Berufsgruppen und, und dies ist auf die Dauer das Schlimmste gewesen, alle die Leute sind dargestellt worden von dem sächsischen Fuhrunternehmer, der Erich hieß. Zwar an der Oberfläche der Kinobilder, die meine Traumbilder gewesen sind, haben Schauspieler die Rollen innegehabt. Hans Moser war der betrunkene Stadtmusikus, der sich bückt und doch schon Arges plant. Gary Cooper bittet die Tochter des Körnels zum Tanz und denkt an die nahen Indianer. Lillian Harvey versinkt vor der Großfürstin und hat ein Auge auf die engen Hosen von Rittmeister Willi Fritsch. Dick hat auch zu enge Hosen als doof beibringt, wie es bei Hofe ist, da halten die den Dicken nicht länger. Aber Hans Moser war nicht Hans Moser und Hans Albers war nicht Hans Albers und Sarah Leander war nicht Sarah Leander und Pat war ebenso wenig Pat wie Pat da schon Pat da schon war und auch die Tante Ritter und der Professor Barthold Niebuhr und sogar meine Mutter, die in vielen der Filme mitwirkten, waren am Ende nicht, was sie zu sein schienen. Sie spielten eine Rolle und sie wurden selber gespielt und zwar immer vom Fuhrunternehmer Erich aus Pirna an der Elbe. Die Ärztin hat mich, als ich mich bei ihr über die schreckliche Verwirrung so verschiedener Gesichter beklagte, mit der Nachricht beruhigt, meine Verrücktheit sei nur normal und weil ich ihr der Namensenkel eines gelehrten Historikers war, hat sie mir von meiner Gehirnerschütterung immer als von einer Komotio gesprochen. Einen seltsamen Augenblick hat es zwischen uns gegeben, bevor sie aus meinem Leben verschwunden ist, das ist an einem späten Sommerabend gewesen. Ich war natürlich nicht der Einzige, mit dem sie bei ihren Visiten nicht nur über Wunden und Heilung und Krankheit sprach, aber mit mir tat sie es öfter, was ich mir nicht einbilde, sondern durch das Gestichel meiner Nachbarn weiß, unter denen sich ein alter Bekannter besonders hervortat, Edwin, der Porzellanmacher aus Corvo. Auch der afrikanische SS-Mann war noch da und der Strumpfwirker mit dem Ritterkreuz, doch von den beiden hörte man wenig. Ein paar französische Flüche und vogtländische Suppenrezepte, das ließ sich ertragen. Nur Edwin ließ sich kaum ertragen. Es ging ihm nicht gut und es ging ihm sogar dreckig, aber es schien, als ob ihm sein Reden und Denken im gleichen Maße dreckiger gerieten. Die Ärztin nannte er nur die Schickse und er sorgte, dass ich bald wusste, wie das gemeint war. Und als er erst zu wissen glaubte, dass ich besonders gut mit der kleinen dunklen Frau auskam, behelligte er mich mit Weibergeschichten und rassenhygienischen Erkenntnissen. Natürlich hielt er das Maul, wenn die Ärztin in der Nähe war. Er lag dann unruhig, wie in schlechtem Schlaf. Auf seiner Stirn und seiner gelben Nase glänzte ein feuchter Film und man sah, wie verletzt er war. Manchmal schlief er wirklich, aber ich habe nie gelernt, wann das der Fall gewesen ist. Die Ärztin hat wohl gemeint, mir einen Gefallen zu tun, als sie mich wieder zu den Erfrierungen legte, aber zuerst habe ich sowieso nicht recht Kenntnis von meiner Umgebung genommen und später hätte ich mich in jeder Abteilung gleich unbehaglich gefühlt. An jenem späten Juliabend, von dem ich erzählen wollte, ist die Frau Kapitänin noch einmal gekommen und hat sich, wie sie das immer tat bei solcher Gelegenheit, auf den Hocker des Stubensanitäters an meine Pritschenseite gesetzt. Und haben sie wieder ihre Verbeugung geträumt? fragte sie. Und ich sagte, diesmal sei es besonders scheußlich gewesen. Ich hatte den sächsischen Spediteur als Louis Trenker erlebt. Und dieser urige Mensch hatte in einem Gletscher gehangen, 4000 Meter über dem Meeresspiegel und er hatte die aufgehende Sonne mit einer frommen und lebensgefährlichen Körperneigung begrüßt. Nein, sagte ich, das wüsste ich genau, so einen Unfug leiste sich der Tränker in seinen Filmen nicht. Allenfalls zugezwinkert würde er der Sonne haben oder mit der Tiroler Zunge geschnalzt, aber eine Verbeugung im Seil, nein, das wäre der künstlerischen Freiheit entschieden zu viel gewesen. Interessant, sagte die Ärztin, wissen Sie viel über Kunst und über Freiheit? Gar nichts weiß ich, sagte ich. Doch, sagte sie, Verbeugungen in allen Lebenslagen, ein sehr brauchbarer Traum, sie werden ihn hoffentlich nicht vergessen. Warum sollte ich nicht? Weil es könnte sein, sie hängen im Seil und ihre Majestät die Sonne erscheint. Dann wissen sie, man muss eine Verbeugung machen, wenn eine Majestät erscheint, muss man eine Verbeugung machen und wenn man auch am Seil hängt oder am Strick, kann man sagen, Strick? Sie wissen doch genau, dass man es sagen kann und sie wissen auch genau, warum sie es jetzt gesagt haben. Sie hatte mich wieder da, wohin sie mich schon öfter bei solchen Gesprächen gebracht hatte, am Rande einer Haltung, die sich aus Furcht und Respekt und Unterwürfigkeit und Hilflosigkeit zusammensetzte, eine Bettler- und Sklavenhaltung, die sich vielleicht erzwingt, wo Gefangenschaft und Krankheit ineinander schießen, die mir aber dennoch, wenn ich mich ihrer entsinne, peinlich ist. Die Ärztin verstand es, mich mit ein paar Redegriffen an den Rand dieser Haltung zu bringen, an einen Punkt, von dem aus man mit einer geringfügigen Denkbewegung ins Freie oder wenigstens ins Ungefesselte Ungehemmte gelangen könnte. Ich habe auf meinen Wegen öfter Leute getroffen, denen es ein Vergnügen war, mich in Rage zu versetzen, mich aus meiner Kontrolle zu bringen. Das ist auch nicht so schwer zu haben, aber das meine ich nicht, wenn ich von der kleinen Kapitänin spreche, das meinte sie nicht. Sie wollte, denke ich, sich mit mir unterhalten, um etwas herauszufinden über Leute wie mich und mit jemandem, dem vor lauter Ergebenheit die Zunge verkümmerte, konnte sie wenig anfangen. Sie hat mich schnell in Gang gebracht und das hat sicher auch daran gelegen, dass sie eine Frau war. Womöglich war sie sogar hübsch, aber da will ich kein Urteil wagen, denn sie war mindestens zehn Jahre älter als ich und überhaupt gehörte sie zu einem anderen Menschenkreis. Sie hat Stiefel getragen, auch im Sommer, und unter dem weißen Kittel einen langen und weiten blauen Rock. Natürlich wird sie oft auch anders da gesessen haben, aber auf dem Bild, das mir von ihr geblieben ist, sitzt sie schräg auf dem Hocker, die gestiefelten Beine übereinander geschlagen und lang von sich gestreckt, der Rock reicht bis an die Stiefel Schäfte, in den Hüften ist sie schmal, weil sie ja überall schmal ist, und sie sitzt auf dem Hocker, wie manche Künstler ihre Figuren sitzen lassen, nur auf einem Punkt, und sie könnte das gar nicht aushalten, wenn sie nicht ihren Kopf mit dem dunklen Haarknoten gegen einen Bettpfosten und es gibt ihrem Gesicht die Richtung, sie blickt ein wenig zu mir auf, und weil sie die Arme unter der Brust verschränkt hat, wobei sie sich hält als fröre sie, macht sie auf mich den eigentümlichen Eindruck eines Menschen, der einen herausfordert und doch schutzbedürftig ist, dem man helfen möchte, und dabei sollte man sich doch vor ihm hüten. Nein, die brauchte keinen Schutz, und zu allerletzt meinen, von dem ich auch nicht hätte sagen können, woher ihn nehmen. Ich sagte, ich hätte ihnen wohl von dieser Träumerei nicht erzählen sollen. Ich kann nur sagen, dass Verbeugungen eigentlich nie mein Problem gewesen sind, da brauchen sie nicht zu spotten. Aber wer wird spotten? Sie gehören zu drei Kategorien, über die man nicht spottet. Sie sind ein Patient, ein Gefangener und ein Deutscher vor allem. Wie sie das sagen, möchte man gar keiner sein. Welchen Ton schlagen sie vor? Sagen sie mir, Mark Niebuhr, sprechen sie mir vor, wie ich Deutscher sagen soll. Wir können es üben, wie sie im Traum ihre Verbeugungen üben. Ich glaube nicht, dass sie den Ton träfen, sagte ich. Ich sah sofort, dass ich mir zu viel herausgenommen hatte, denn einen Augenblick saß sie wirklich da wie eine Statuette ohne Leben, sehr gespannt und ganz erstarrt und wenn sie danach aufgestanden wäre, hinausgegangen und wiedergekommen mit der Pistole aus ihrem Instrumentenschrank hätte ich mich nicht gewundert. Die Erwartung von Gewalt inmitten einer jeglichen Auseinandersetzung ist ein sehr natürlicher Teil meines früheren Lebens gewesen. Aber die Ärztin war anders. Es war, als bräche sie mit Vorsatz ihre starr verspannte Haltung auf, als nähme sie ihren Muskeln und Sehnen mit ein, zwei Wirbeldrehungen die übermäßige Spannung. Man könnte sagen, sie ließ sich los, das tat sie auch wirklich. Sie löste die verschränkten Arme, nahm die Hände von den Seiten, die sie sehr festgehalten hatte, legte die Finger über den Haarknoten ineinander und drehte den Kopf ein wenig zur Schulter. Sie sah nun an mir vorbei und über mich hinweg und ich sah den winzigen Ansatz zum Doppelkinn, der Frauen wohl nötig ist, damit sie nicht spitz und knochig wirken, und ich sah ausgerechnet in diesem Augenblick, dass ihre Brust durchaus der Rede wert war. Sie bewegte die Lippen und weil sie die Augen fast geschlossen hielt, schien es, als lausche sie prüfend einem Wort. Das Wort, und ich wusste gleich, welches es war, blieb immer dasselbe, aber der Ausdruck ihres Gesichts, wechselte mit jeder Wiederholung. Und so hörte ich zwar nicht, sah doch aber sehr, auf wie viel verschiedene Weisen man das Wort Deutscher sprechen kann. Wie ich schon sagte, ist dies, ohne dass ich es wusste, die Stunde des Abschieds zwischen mir und der Ärztin gewesen, die ein Hauptmann war und eine Jüdin und eine fast närrische Kennerin römische Geschichte und auch dessen, was mein Landsmann Barthold Niebuhr von dieser aufgeschrieben hat. Deshalb bleibt zur bloßen Vermutung beschränkt und im Nachhinein mit vielen Schichten aus Annahmen und Denkspiel versehen, was ich von den Lippen dieser Frau gelesen habe und was in ihren wechselnden Minen geschrieben stand, als sie versuchte, dem Wort Deutscher den gemäßen Ton zu geben. Ein beliebiges Wort aus neun Buchstaben. Ein sinnvolles Gemengsel aus Dental und Laterallaut, Diphthong und Africata, ein von Deutscher zu Deutscher erweichtes Maskulinum, ein Wort wie Deuter oder Täuscher, ein Wort wie Inder oder Neger, ein seltsam verplattetes, zischend angeriebenes Knautsch- und Quetschwort, das bei rascher Wiederholung seinen ohnehin nur ahnbaren Sinn verliert. Es kommt, woher auch sonst, aus dem Althochdeutschen und es bezeichnet, die Ärztin hat es bestimmt gewusst und ich habe es später gelesen, eine Sprache ebenso, wie es ein juristischer Ausdruck war, mit dem die Frankenherrscher gegen einen herrschenden Bayern stritten, nämlich des Sinnes, wo Diotisk oder auf Lateinisch Theodiske gesprochen wird bei Amt und Gericht, dort herrscht nicht nur Diotiske-Zunge, dort spricht auch das Theodiske-Schwert und wer es nicht glaubt, der soll nur kommen. Deutscher, ein Begriff so durchsichtig und verlässlich, regelhaft, wie sagen wir, die deutsche Sprache, Deutscher, ein Deutscher, ein Deutscher wie Luther, ein Deutscher wie Goethe, ein Deutscher wie Heine, wie Heine, ein Deutscher? Was sagen die Deutschen dazu? Ach, die immer mit ihrem Heine, ich meine, diese russische Ärztin immer mit unserem Heine, ich meine, sie hantiert mit Heine, wie der Spediteur aus Pirna mit von mir aus Friedrich, dem Großen hantiert. Er zeigt, wie Otto Gebühr gezeigt hat, wie Friederikus Rex gewesen ist. Aber der Fuhrunternehmer ist nicht der alte Fritz und ist auch nicht Otto Gebühr und ist zur Zeit nicht einmal Fuhrunternehmer an der Sächsischen Elbe. Zur Zeit ist er ein Plenivoyenni mit Erfrierungen zweiten und dritten Grades in Puwawi an der oberen Weichsel und soll doch endlich mal sein Maul halten. Die soll doch mal ihren Mund halten mit ihrem Heine und ihrem Barthold Niebuhr und ihrem Hegel und ihrem Freiherrn vom Stein und ihrem Sagen Sie, Marc Niebuhr, sagen Sie, Sie als deutscher Mensch. Sie hält ja den Mund. Sie hält ihn fast geschlossen, sie bewegt nur ganz sacht die Lippen. Es ist kaum mehr als ein leises Zittern, was über diese Lippen läuft und es bedeutet immer dasselbe. Unhörbar und doch verschieden laut bedeutet es ein Wort bedeutet deutscher und wird probiert wie mit wechselnd farbigen Anstrichen. Deutscher wie deutsche Sprache wie Luther. Deutscher wie deutsche Sprache wie Hitlers Sprache. Deutscher wie deutsche Geschichte wie Freiherr vom Stein wie Stalingrad. Deutscher wie deutsche Literatur wie Walter von der Vogelweite und dann wie vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer Volk ans Gewehr. Deutscher wie Buchdruck und Nürnberger Gesetz und Heinrich der Vogler und Heinrich Himmler und das Ulmer Münster und die Kirchen von Rotterdam und Robert Koch und Euthanasie und Heiligabend und Sonntag der 22. Juni 1941. Ihre Lippen haben sich nur bewegt wie Wasser unter leis stoßendem Wind. Aber ich glaube, ich hätte das Muskelnetz ihres Gesichts zeichnen können nach dieser stummen Wortprobe. Oder ich hätte auch, was natürlich eine unhaltbare Behauptung ist, zu sagen vermocht, wo in der deutschen Geschichte sie gerade verhielt, wenn ihre Augen zu schwarzen Löchern wurden, durch die man hielte man sich nicht ganz fest herausfallen könnte aus der Welt. Ich hätte es gekonnt, weil dies nur ihre erste stumme Rede an mich war, aber nicht ihre erste Rede. Doch die letzte war es und vielleicht ist es darum, dass die mir so eingegraben ist. Oder kommt es, weil diese in ihrem längeren Teil wortlose Ansprache eine Zusammenfassung aller jener Anreden gewesen ist, mit denen sie mich versehen hatte seit jenem Zählsonntag im Winter, an dem ich an sie geraten war, weil mir ein Landsmann von ihr einen Landsmann von mir auf die Schultern geladen hatte, auf das das ich ihn zum Arzt brächte? Man hat mich mit einer Menge Unterricht versehen inzwischen, und so weiß ich nicht immer, weiß ich, was ich weiß, von dort, woher ich denke, dass ich es weiß? Aber ich bin doch überzeugt, dass die größere Partie der durchschlagenden Nachrichten, die ich, seit ich sie einmal erfuhr, immer und für alle Fälle parat halte, mir zuerst, zum ersten Mal angesagt worden ist, von der Kapitänin, die zu Füßen meiner Pritsche saß, in scheinbar schwebender Schräglage, den Stiefelabsatz am langgestreckten Bein auf der Diele, den Haarknoten gegen einen Bettpfosten und den schmalen Hintern an nur einem Punkt auf der hölzernen Schemelebene. Das gab ihrer Erscheinung Schwebeform, aber ihre Äußerungen, ihre Meinungen und Feststellungen, ihre Klagen und Anklagen, ihre Behauptungen und Verheißungen, ihre Belehrungen und schon gar ihre Fragen haben niemals Schwebeform gehabt. Das weiß ich jetzt, wenn ich es auch zu jener Zeit nicht immer wusste. Da habe ich manches Mal geglaubt, die Verbindung zwischen ihren Ansichten und der Wirklichkeit sei von äußerst lockerer Art. Bis ich dahinter gekommen bin, langsam, langsam, dass meine Weise über die Welt zu denken nur die Weise war, in der man mich unterrichtet hatte und dass es langsam, langsam, langsam noch andere mögliche Weisen gab und dass es womöglich möglich war, jetzt aber ganz langsam, ganz ganz behutsam, ganz vorsichtig, dass meine Weise zu den Sachen und Verhältnissen nicht immer stimmte und schwindelnmachender Gipfel von Kühnheit, dass der anderen Weise vielleicht doch stimmen könnte. Manchmal, ausnahmsweise, gelegentlich, hier und da, zufällig, vielleicht unter Umständen, aber doch, oh großer Gott, aber doch. Ich weiß noch, wie seltsam und auch vorbeigeredet ich es empfand, dass die Frau, die immerhin wusste, wer Barthold Niebuhr war, von mir als einem Faschisten sprach. Wie viel dumme Mühe habe ich darauf gewendet, mich als nicht betroffen zu erklären, nicht wahr, die Parteimenschen in Italien, die Mussolini seine, das waren Faschisten. Aber ich war kein Italiener und ein Parteimensch war ich auch nicht. Es hat Zeit gebraucht, bis ich das Wort als einen politischen Terminus begriff, der sich nicht um mein Verständnis von ihm scherte, der eben anders in der Welt war, als ich glauben konnte und den nicht die Ärztin falsch handhabte, sondern ich. Gerade ich hätte vorsichtiger sein sollen in einem Streit, bei dem es um die Gültigkeit von Wörtern und Bezeichnungen ging. Denn gerade ich war einer von denen, die es fuchste, wenn die Süddeutschen gegen die Norddeutschen und die aus Westen oder Osten nicht minder eines dieser grimmigen Hungerspiele trieben und einander mit Hohn überschütteten, weil der eine Kraut genannt hatte, was doch Kohl hieß, oder weil der eine als Kohl bezeichnete, was ohne jeden Zweifel Kraut war. Oder, ein Wurf aus dem Westen, ohne allen Zweifel Kappes, denn Kraut war als Name schon vergeben für das, was andere wieder aus unerfindlichen Gründen unter Sirup verstanden. Hieß das rote, zapfenförmige Gemüse Moorrüben oder Karotten, Karotten, das sind die mit der runden Spitze, Mann, selber runde Spitze, du mit deiner Karotte, Mensch, oder Möhren oder, wie bei mir zu Hause, Wurzeln. Und welche Entrückung in den Streit und welche Verzückung dabei, als ein Schnupftabakmacher aus Schwedt meldete, in seinem Beruf würden die zur Gärung aufgerollten Tabakblätter Karotten genannt. Welch eine Begeisterung in der Schlacht, in der es um die Frage ging, ob man sich seine Gesundheit eher mit Zigaretten oder mit Zigarren oder mit Pfeifenrauch oder mit Kautabak oder mit Schnupftabak beschädige, oder wann der Mensch ein menschlicheres Bild abgäbe, wenn er ein mit getrocknetem Kraut gefülltes Papier vor dem Mund verbrenne oder nichts als in Tabak gewickelten Tabak oder Tabak im Pfeifenkopf aus Ton, Holz, Schiefer oder Stein. Oder gar, wenn er mit prim gebräuntem Gezähnen herumliefe und dunkelbraun versoosten Mundwinkeln. Oder etwa beim Schnupfen, die Augen geschlossen und den Tabak aufgesogen, als wär's das letztverfügbare Schlückchen Oxygen und dann, o Herrlichkeit, genießt, und zwar so, dass es scheint, und auch hier macht dies Gefühl erst den ganzen Genuss, als ließe man mit jedem Nieser ein kleines Stück vom Leben. Selbstverständlich hat es Raucherschulen so viele gegeben, wie es Arten des Tabakverzehrs gegeben hat, und da sie alle beim totalen Mangel an Schnupfkau und Rauchtabaken auf ihre Wortmächtigkeit und Überzeugungskraft beschränkt und angewiesen waren, stand die Wasserpfeife eine Zeit lang in besonders hohem Ruf, weil ein schwäbischer Lesemappenvertreter für sie die Werberzunge rollte. Gemeinsamkeit stellte sich im Raucherlager aber immer her, wenn einer die Entbehrung verfluchte und beteuerte, im Augenblick sei er bereit, auch einen gebrauchten Prim noch zu verzehren, und zwar, falls dies eine gewünschte Bedingung sei, mit Messer und Gabel. Niemand stellte solche Bedingung, niemand äußerte diesen Wunsch, aber fast alle saßen sie da mit verdrehten Augen, und falls ich der einst am Scheideweg vor Himmel oder Hölle die Chance bekäme, meine guten Taten aufzusagen, dann wüsste ich schon den Anfang dafür. Ich würde, überzeugt, das gäbe mir Aussicht auf die kühlere Region, ins Prüfungsprotokoll die Tatsache geben, dass ich zu Zeiten, wenn die verrückt gewordenen Raucher ihre Wortwolken ausstießen, oder die wild gewordenen Fleischer von verzehrten rohen Schinken schwärmten, oder die überspannten Damenhelden von anderen Schinken Schmatzlaut gaben, dass ich zu jenen Zeiten bei den wenigen war, die um etwas Vernunft und Mäßigung nachsuchten, oder, dies in Sonderheit war meine Spezialität, dem schon überdrehten eine weitere Drehung gaben bis zum Riss, bis zum Krach der Parteiungen oder bis zu einem Gelächter, das auch nicht ohne alles Fieber war. Ich also, der ich belehrt war über die zweifelhafte Gültigkeit von Namen, Zeichen und Werten, ich hätte Grund gehabt, zumindest für möglich zu halten, dass sie Ärztin im Rechte war, wenn sie solche wie mich Faschisten nannte. Aber seltsam, wenn ich auch nicht gezögert hätte, zuzugeben, dass sie vielfach mehr wusste als ich, schon dass sie Ärztin war, machte sie in meinen Augen zur Gelehrten, so ließ ich mich überhaupt nicht auf ihre Urteile ein, wenn sie mich auf eine Weise betrafen, die politisch war. Schließlich handelte es sich hier um eine, ja, in der Tat, um eine russisch-jüdische Bolschewistin. Und wie kam denn ich dazu, mich ausgerechnet von so einer mit Namen versehen zu lassen? Ich hatte, wie es geschieht, wenn man viel liest, natürlich schon einiges über Persönlichkeitsspaltung gehört. Ich meine, die eine Geschichte von Stevenson genügt, um Teuflisches nebeneinander in einem Kopf und Körper für möglich zu halten. Aber ich entsinne mich keines Falles, indem es jemandem so ergangen wäre, ich meine, in einer Geschichte so ergangen wäre, wie es mir mit dieser Frau erging, die ein sowjetischer Hauptmann war. Ich musste eine Menge Denkgewalt aufbringen, wenn ich alle die Teile und Seiten beisammenhalten wollte, die ja unbezweifelbar zu der einen Person gehörten, welche meine Ärztin war. Sie war eine junge Frau, aber sie war älter als ich, und deshalb war sie nicht recht, eine junge Frau. Sie war auf eine schmale und dunkle Art wohl hübsch, aber ihre anderen Eigenschaften waren in ihrer Fremdheit so viel stärker, dass ich nur selten sah, wie hübsch sie war. Sie war die erste Soldatin, mit der ich in meinem Leben sprach, und meines Wissens habe ich mit keinem weiteren Soldaten über Professor Barthold Niebuhr gesprochen. Sie stammte aus Baku, und sie hat mir erklärt, was Bismarck doch für ein durchtriebener und kraftvoller Teufel gewesen ist. Ich habe eine gekannt, die klang wie eine leisbeschwichtigende, mitleidig beruhigende Hüterin, wenn sie durch eiterte Verbände löste, und ich habe eine andere gekannt, die ist eine schießbereite Domptöse gewesen, als sie mit der Pistole am Fenster stand, und viel anders war dieselbe, immer noch dieselbe Person auch nicht, wenn sie mich, einen Faschisten nannte, und von einigen Ansichten hat sie mich mit einer Haltung befreit, als wären sie überfällige Verbände. Wahrscheinlich verdanke ich ihr die Intaktheit meiner Glieder, und was habe ich immer über die Juden gehört. Nach dem, was man mir eingeblasen hatte, war sie ein kommunistisches Flintenweib, und manchmal, wenn ich einen sehe mit amputiertem Fuß, dann denke ich an das kommunistische Flintenweib und denke an meine vorhandenen Füße. Bei später Sichtung alles dessen, was mir im Kopf war, als die Frau aus Baku dafür sorgte, dass ich wieder zu heilen Gliedern und einem Gutverhalten skalb kam, bin ich an die Frage gekommen, ob ich von der dunklen Ärztin mit der gleichen Innigkeit dächte, wäre sie nun beispielsweise ein rothaariger Riese aus Riga gewesen. Das ist etwas unsinnig ausgedrückt, sehe ich schon, aber verständlich mache ich mich wohl doch, ob bei gleichem medizinischem Erfolg ein Mann als Arzt, ein männlicher Arzt, so unverrückbar fest seinen Platz eingenommen hätte in meinem Gedächtnis, so scharf eingeschnitten wäre in meiner Erinnerung, wie es diese Frau für immer ist. Ich bin heute in einem Alter, in dem man manchmal dazu neigt, Vergangenes einzugolden und zumal jeder gehabten Begegnung mit einer Frau Geheimnisvoll Herzliches beizumischen. So manch eins würde wohl Bass erstaunen, wüsste es, wie manch eins von ihm denkt. Aber es ist meine Überzeugung, dass keine Bekanntschaft zwischen Mann und Frau auskommt, ohne alle Erotik, die sich doch auch äußert, wenn eins vom anderen denkt, um Himmels Willen nein, ohne mäandernde Gedankenlänge. Es ist immer etwas im Spiel zwischen Frau und Mann, wenn sie nur jung genug dazu sind. Und so muss auch etwas im Spiel gewesen sein, zwischen der Ärztin und mir, oder wenigstens von mir zu der Ärztin hin. Ich weiß nicht, warum mir das jetzt wichtig ist. Für mein Leben macht es doch nichts mehr und für das der Frau aus Baku ganz gewiss auch nichts, aber es ist wohl wichtig, als ein Element jener unsinnigen Versäumnisse, aus denen sich die Beschaffenheit unseres Daseins ergibt. Mir ist auch klar, dass man, wenn man von so etwas erzählt, in Zonen gerät, in denen Rührseligkeit die Erschütterung beiseite lügt. Aber es wäre wohl ein Fehler, sich die Erzählung zu verkneifen, weil man das zu fürchten hat. Ich sehe mich berechtigt, von der Sache so zu reden, wie ich es tue, weil die Sache so gewesen ist. Mehr Legitimation habe ich nicht, aber mehr brauche ich auch nicht. Als ob man sich entschuldigen müsste für den Gedanken, man sei verliebt gewesen oder doch ein wenig verschossen in eine Frau, die einem geholfen hatte, die gut anzuhören war und gut anzusehen eben auch. Als ob es anstößig wäre zu denken, dass die Ärztin, wenn sie mit einem von tausend Kranken besonders gerne sprach, diesen einen eben besonders gern gehabt haben könnte. Als ob das anstößig besonders und Grund zur Beteuerung und Entschuldigung wäre. Ich sollte mich wohl nicht erregen. Wenn es so war, wie ich heute zu vermuten mir leisten kann, dann war es nun mal unter jenen Umständen anstößig und unerlaubt, das ist es eben, was Krieg und Menschenkämpfen auch anzukreiden ist, dass der größere Teil von Menschlichkeit unstadthaft erscheint. Und was ich erzähle, ist ja nichts von verstohlenem Händedruck und Tränen durchweicht dem Geständnis, es wird nicht Liebe als gemeinsames und unberührbares Drittes gegen zweimal widrige Umwelt und verfeindete Moral gestellt. Es wird nur behauptet, und das behaupte ich entschieden, wir hätten nicht so miteinander reden können, hätten es nicht so getan, wären wir nur Arzt und Patient gewesen, Gefangener und Offizier, Deutscher und Russin. Wir haben geredet wie junger Mann mit junger Frau, weil wir das waren, junger Mann und junge Frau. Und es ist Quatsch zu denken, was hätte daraus Schönes werden können ohne Krieg, denn ohne Krieg hätten wir uns mit einiger Gewissheit nie zu Gesicht gekriegt, und hätten wir es doch, so wären wir auf vielfache Weise Fremde gewesen. Doch wäre möglich, sie mit ihrem Hang zu Barthold Nibur und römischer Geschichte reist nach Dietmarschen, und ich fahre gerade mal wieder mit dem Rad nach Mehldorf. Sie sucht das Nibur-Haus, und ich bin ein Einheimischer, den man nach dem Weg fragt. Ich gebe Auskunft, ich zeige den Weg, ich führe sie, was tue ich noch, ziehe ich sie in ein tiefes Nibur-Gespräch, lasse ich mich von ihr über die Schönheit Bakus unterrichten, frage ich sie gar, ob sie nach der Zeit bei Nibur dem Älteren noch etwas Zeit für Nibur den Jüngeren, den Weitjüngeren haben wird. Ach du lieber Gott! So bin ich nicht gewesen, als ich in der Gegend von Mehldorf wohnte. So war man nicht in Mehldorf und Marne, so war ich nicht. Ich hätte doch nie mit einer fremden Dame so. Für Kaffee und Kuchen und Kino nachher und in den Stadtanlagen nachher waren die doch so vorhanden, wie die Urgroßtante von Barthold Nibur dafür vorhanden war. Gar nicht. Einfach nicht zu denken, Buchdrucker mag Nibur mit einer Dame aus Baku, dummes Zeug. Und nun doch? Buchdrucker mag Nibur mit einer Dame aus Baku? Ja, nun schon. Nun ist ja auch anders, nun ist ja Krieg, ist Gefangenschaft, ist Lazarett, ist Elend und Gestank und Jammer und kein Marne und kein Baku. Nun hat die Ärztin wer weiß wen schon verloren und hat schon lange über genug von den stöhnenden Bettlern und wehleidigen Räubern, die eben noch nach Baku gewollt ans Öl und so gar nicht wehleidig gewesen sind und nicht gebettelt haben und schon gar nicht um irgendetwas gebeten und die nun vor lauter Devotion gebrochenes Deutsch lispeln und die nun endlich, endlich, wo es um sie selber geht, das Mitleid entdecken und ihre Menschenrechte. Da ist sie froh, einen gefunden zu haben, der so heißt wie ein Stück vergangene schöne Welt und der noch jung genug ist und in geraden unschuldig, dass er es wagt, wütend zu werden und seine Wut zu zeigen und der nicht so stumpf ist, über den Tod seines Nachbarn hinweg zu stieren auf das nächste Abendbrot und der fast immer ein Buch vor den Augen hat, was, weil er ein armer Schlucker ist, auf Umsicht und Zähigkeit schließen lässt und den man schon zweimal beim Lachen betraf. Soll sie sich etwa, wenn sie nun schon die Dienstrunde geht, durch den Saal mit den Erfrierungen, ein weiteres Mal von dem Mann mit dem Ritterkreuz über die Weltgeltung vogtländischer Bohnensuppen unterrichten lassen, soll sie sich die feindseligen Betteleien des fiebrigen Volksdeutschen anhören oder das lachhafte Russisch des Breslauer Exportkaufmannes? Warum soll sie nicht, wenn sie schon mit denen spricht, mit Barthold Nieburs Namensenkel sprechen? Warum soll sie nicht, obwohl das natürlich müßig ist, ein wenig Kritik an ihn reiben und ihn gänzlich wissen lassen, was man von ihm und seinesgleichen hält, von ihm und seinen Deutschen, deren Name sich so tausendfach sprechen lässt, mit tausendmal verschiedenem Unterton, wenn gleich seit einem Sonntag im Juni vor vier Jahren die helleren und weicheren Töne unbenutzt geblieben sind, wenn man vom Deutschen gesprochen hat. Aber als sie in dieser kunstvoll-natürlichen Schräge an meinem Lager saß an jenem letzten Abend und mich mit wechselndem Ausdruck und doch sprachlos beim Namen meines Volkes nannte, da hat sie dem Wort alle Farben gegeben und ich muß sagen, mir hat das sehr wohl getan. Denn es ist wohl so, daß man nicht ohne Folgen für sich selbst die anderen das Fürchten lehrt. Man wird fürchterlich, man weiß sich fürchterlich und denkt sich fürchterlich, man macht seinen Namen wie einen Harnisch klirren und man schleppt auch bald an ihm so wie an dem. Da vergisst es sich beinahe, daß man auf freundlicher Herkunft war und wenn wer kommt, einen daran zu erinnern, ist das ein großes Glück. Ich bemerke aber, daß ich in einen Glockenton verfalle, den ich an anderen gar nicht mag. Ich glaube übrigens, man neigt zu ihm auch aus Unsicherheit. Weil ich doch noch gar nicht wissen kann, wie viel es wirklich mit der Ärztin auf sich hatte und im Register meines Volksnamens, daß sie mir lautlos sprach. Einbildung hat ja ein wichtiges Teil meiner Existenz ausgemacht, in jener Zeit, in der meine Existenz in vielen wichtigen Teilen nicht so sehr ersichtlich war. Gefangenschaft ist Leben, von dem die Freiheit abgezogen ist. Das klingt simpel, das klingt tautologisch, es ist aber so. Es ist aber nicht nur so, es ist auch anders. Gefangenschaft ist Leben, von dem Freiheiten zugunsten anderer Freiheiten abgezogen sind. Nicht nur bei den Freiheiten, auch bei den Zwängen findet Austausch statt. Unsinnige Zwänge entfallen, sinnvolle Zwänge setzen sich durch. Nun muß ich achten, daß nicht für Lob gehalten wird, was ich zum Gefangensein hier sage. Es ist grobe Primitivität, und ich bin fürs Ausgebildete, Vereskelte. Es ist strenge Reduktion, und ich bin für Überfluss und lockere Haltungen. Man ist zurückgestutzt auf gerade noch Wurzeln, Stamm und einiges Geäst. Man besteht, wenn's gut gegangen ist, aus Kopf, zwei Armen und zwei Beinen, dem Magen und einigem Gedärm. Aber damit, meine ich, fängt der Mensch ja im Grunde erst an. Hier, in der Gefangenschaft, ist er vor seine Anfänge zurückgeschoben. Wer könnte solchen Zustand lieben? Niemand. Denn die so tun, haben nur nicht bemerkt, worum es sich handelt. Man muß mir nicht sagen, daß Einsperren manchmal nicht zu vermeiden ist. Man soll mir nur nicht sagen, es sei viel anderes, als der Ausdruck von Hilflosigkeit. So etwas sollte ich loben? Da kenne ich mich besser. Mir ist nur zu tun, daß man verstehe, Gefangenschaft ist andere Welt, ist anderer Raum. Was mit der Menschengeschichte nicht geht, mit des einzelnen Menschengeschichte geht es hier für eine ganze Weile. Die Verbindung zwischen bisherigem und künftigem wird gekappt. Die Gegenwart fühlt sich keiner Vergangenheit verpflichtet. Was einer war, zählt bis an den Lagerzaun. Man hat nichts, also kann man auch nichts sein, aus dem, was man hat. Man hat Hemd und Hose auf dem Leib, und sonst hat man nichts. Keinen Ausweis, kein Geld, keinen Orden, kein Attest, nicht Zeugnis, noch Familie. Von allen Geräten, Maschinen, Werkzeugen und Instrumenten, die man vielleicht einmal besaß, oder mit denen man sich durchs Leben schnitt, ist ein Löffel übrig geblieben. Oder man bekam, wenn man auch den nicht hatte, einen aus Holz, von dem man in den ersten Tagen mit dem Hirseklacks, den Lack abfraß, und die Blümchen schmeckten gar nicht schlecht. So fängt man an hinterm Zaun, so bleibt man lange. Natürlich, in manchen Köpfen sind noch die Muster der vorherigen Welt. Da wird man geklaut, und daran stirbt man beinahe. Oder man macht sich breit wie ein Hauswirt und fällt gleich zweimal in die Scheißegrube. Oder man versucht sich auch hier als Diener und sieht sich schnell von allen benutzt. Oder man ist ungeprägt genug und beladen und bekümmert, dass man das neue Regelwerk ohne weiteres Bedenken anerkennt, sich in die Lage findet, weil ja keine andere zur Wahl steht. Vergangenheit und Zukunft sind über Tag unbetretbare Zonen. Nur am Abend, im Übergang zum Schlaf, leistet man sich einen Blick auf Gewesenes, Schön Gewesenes, Schön Gewesenes. Und wenn einen die Natur mit schützenden Instinkten versehen hat, geht man mit den Träumen vom Morgen äußerst sparsam um. So war ich wohl beschaffen. Ich war imstande, rasch zu lernen, was dort nötig war, um in der Mitte zu bleiben und nicht an die Ränder zu geraten, zu den Hanswursten und Mönchen und Bettlern. Es war nicht so furchtbar viel, was da zu lernen war. Nicht zu laut sein, nicht zu leicht sein, nicht drängeln, sich nicht schubsen lassen, möglichst wenig glauben, möglichst wenigen trauen, nicht von anderen abhängig werden, sich nicht von anderen lösen, für alle Bewegung die günstigste Drehzahl suchen, schnell nur sein, wo wirklicher Vorteil winkt, entschieden dann sein, wenn sich Herrschaft kristallisieren will. Das lernte sich bald, denn es war ja primitivstes Regelwerk und über das hinaus war nichts zu bedenken. Keine Tischsitten, keine Verkehrsregeln, keine Budgetgrenzen, keine Vertragsklauseln, keine Karrierezwänge, Freiheit von fast allem und Freiheit zu beinahe nichts. Dass es damals so gewesen ist, hat für mich seine Folgen bis heute. Die genaue Erinnerung an alles, was war, ist so eine Folge. Es war ja so wenig, es kam doch kaum etwas vor. Auf die Gefahr, dass ich mich umständlich ausnehme, will ich es erklären. Auf eine bestimmte Menge Zeit kam, verglichen mit früherem oder späterem Leben, viel weniger Vorgang, Ereignis, Vorkommnis. Keine Zeitung, kein Radio, kein neuer Anzug, keine interessante Marmelade, kein anderes Mädchen, keine ausgefallene Bahn, kein verlorenes Portemonnaie, kein Ärger mit einem Chef, keine Freude über den Sohn, kein Hund, kein Katz, kein Huhn, kein Ei. Der Alltag, den man für unerträglich öde hielt, erweist sich vor dem eingezäunten Alltag als ein überaus verschlungenes System aus Geschehnis und Pflichten. So versteht sich wohl, dass die Auftritte der Ärztin nicht nur für mich außerordentliche Ereignisse in einem Graumief aus Ordinärem gewesen sind, sie waren für jedermann die Tagesmomente, in denen man wissen konnte, dass es die Welt noch gab. Aber für mich ist sie nicht nur eine Abwechslung in einer Zeit so scheinbar ohne allen Wechsel gewesen, mir hat sie Änderung gebracht. Ja, ich bin sicher, Änderung. Es liegt seither in mir etwas bereit, das knurrent manchmal, aber doch verlässlich, aufsteht und mich zwingt. Ein Urteil, welches es schon niederlegte, noch einmal aufzunehmen, zu mustern und zu prüfen. Und siehe, gar sehr oft erfahre ich, dass dort, wo ich mit meinem Denken abgeschlossen hatte, noch weiterer Gesichtspunkt möglich ist und Korrektur des Urteils also auch. Ich leiste mir den frommen Wahn, es könnte eine Liebe gewesen sein, zwischen mir und der sehr fremden Frau, weil ich sonst nicht weiß, wie ich wohl dazu gekommen wäre, mir von einem zugereisten Weiber äußerst dunkler Art so in mein Leben eingreifen zu lassen. Es genügt mir eben nicht, da bin ich ganz ein Mann, zu denken, die Frau hat schließlich Recht gehabt, was sollte ich da machen? Es muss, weil ich ein Mann bin, die Erklärung sein, nur weil privatester Austausch stattgefunden hat, bin ich zu weltwichtigen Einsichten bereit gewesen. Hauptsache aber, dass ich durch die Berührung mit der Dektorin, mag es nun die eine oder ganz andere Bewandtnis mit ihr gehabt haben, zu einiger Vernunft gekommen bin, und zwar so kräftig, dass ich die Absicht hege, nie mehr von ihr zu lassen. Es äußert sich dieses so, wenn ich in weißer Wut von einem Menschen denke und ihn abzutun bereit bin, als einen Lumpenfleck und Luderjahn, dann gilt für ausgemacht, dass ich noch einmal abzurücken mich bequemen muss von der doch so verlässlich wirkenden Eindruckssumme. Ich muss, ich bin dazu vor mir verpflichtet, noch einmal das besehen, was gegen meine Meinung spricht. Anders, ich habe durch die Ärztin, mit der sich mir ein Weltbild änderte, gelernt, den von mir Angeklagten oder Hochgelobten das letzte Wort zu geben. Ich sträube mich sehr oft dagegen und versuche mit üblen Tricks, doch das ist in mir seit der Kapitänin von Puwavi. Und wenn etwas besonders unverrückbar als so oder so erscheint, dann spreche ich seinen Namen lautlos vor mich hin, gebe ihm immer wieder neuen Ton, so wie ich die Sache in anderen Lichtern sehe und manchmal, glaube ich, treffe ich mit meiner Meinung so das Rechte. Also nenne ich es Liebe, was da einmal war. und ich bin